So, hallo und herzlich willkommen! So, ist immer vielleicht besser, oder? Hm, ist viel besser! Hin! Hin, hin, hin! So! Wir gehen nun! Oder haben wir noch Geld? Ich würde sagen, wir gehen erst hier hin. Ah, was machen die denn da? Wir gehen hier hin und holen ein wenig Geld. Die nicht abliegen, mitnehmen. 200. Und die Temps brauchen wir auch noch. Ah ne, wir brauchen sie nicht mitnehmen, das ist gut. So. Obwohl, da müssen wir nicht da... Müssen wir nicht reden, wir müssen ja hochgehen. Hier zu dem Grundstück, das wir gebaut haben wollen. Das sind ja ganz viele Pokémon, wie schön! Können wir ein bisschen reden. Reden-den-den. Hallo! Schalli! Ah, vergessen! Was? Sieht gut aus, was? Äh, geht's dir gut? Sieht gut aus, was? Äh, geht's dir gut? Vor Stipoli habe ich ein bisschen Angst. Was machst du? Sieht gut aus, was? Äh, geht's dir gut? Ja, es geht mir gut. Was sagst du? Das V-Mulett kann man wohl einmal am Tag drehen. Ja, hier soll sie... Hi, Feli! Hallo! Tolle Antwort! Ah, Tappi! Hier macht einfach jeder Tag Spaß! Find ich gut. Ist das Zeppi? Zeppi! Ja, Zeppi! Ich muss sagen, ich bin die Seppi gewartet von euch alle! Nein, ich will da nicht mit dir reden, Mann! Ja, ja, sicher doch. So. So, hol den wir den Streppoli! Nee! Wird einrichtet worden? Ja, es wollen nicht einrichtet worden, sondern gebaut würde. Werden und Samen wollte ich? Sollte einrichtet worden, Samen gebaut werden? Und die wird gebaut! Los, ihr Fortbilder! Ander-Orwerk! Jawoll! Ja, wohl! Interessante Baustil! Schau dich das an, geschafft! Die Einrichtung! Bären und Samen ist erfolgreich! Streppoli hat mir früher einmal beschäftigten Sachen geholfen! Ich habe riesige Feuer, als ich gefahren habe! Ich muss wieder arbeiten! Ich werde mein Bestes geben! Ah, ein Meprana! Sag Bescheid, wenn du was willst! Ich guck mal, was es jetzt Neues gibt! Hallo, erzählst du von den geboten Einrichtungen? Gefallen sie dir? Ich würde gerne noch ausbauen und andere Sachen damit machen, aber es tut mir leid! noch leicht mein Geschick als Bauermeister nicht dafür aus! Aber wenn ich wiederflässig baue, das wird bestimmt bald ändern! Also sollte ich vorerst aufs Bauern Einrichtung konzentrieren! Sag Bescheid, wenn du was brauchst! Schildgenauer lesen! Ah, das fehlt mir jetzt aber nicht! Wie geht es denn da eigentlich lang? Ich kann eigentlich noch ein Kunststück erschließen eigentlich! Der Schließung des Kunststück kannst du gedroht uns überlassen! Streppoliakow! Oh, steht zu diensten. Welches kann man zu schließen? Wie kann man auch mal zu schließen? Hör mal, du kannst den Boden unter deinem Haupt nicht erschließen. Oh, nicht. So, es geht noch. Info bleibt ansehen, ja. Ein... ...Kant geschenkt gesucht. Ich werde verfolgt. Ich habe Angst, ich will heim. Kind-Wurm, dem helfen wir doch mal. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich mache nur mal das Angucken. Ich werde verfolgt. Wo ist es jetzt hin? Jetzt ist sie nicht mehr da. Ach, egal. Ich werde anders suchen. Ich strafe Felino. Okay. E4 müssen wir hin. Versuchen, mich zu bezwingen. Möchte ich ausführen? Ja, genau. Sofort. Du machst dich also auf den Weg. Versuchen, mich zu bezwingen. Zu erledigen? Genau. Und wir gehen los. Möchtest du dich auf den Weg machen? Ja. E4 müssen wir. Und der blöde Elisabeth, der wird meine ganzen Attacken abmahnen. Besicht dieses Opfer, Mann. Beutel voll. Etems. Klingt zusammen. Er erhöht das Tempo. Beutel voll. Dann müssen wir noch was einsetzen. Etems. Cool, Steve Salmon. Oh. Sorry, Otzi. Jetzt habe ich Otzi attackiert. Aber wir haben ja noch genügend. Sie will denn. E4 müssen wir hin. Skalik möchte ins Team. Ein Pogon ist in der Art befindet sich bereits im Team. Bitte bei einem Spitznamen. So, wir nennen das Pokémon Skalik. Lücke Lille. Ne, nur Lücke. Wie die von I Follow Rubbers. Wie sich ihr kennt. Lücke ist jetzt im Team. Bla, 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 bla. Ja. Ja. Tschüss, Lücke. So, Elisabeth war besiegt. Ja, geht's entlang. Ja, geht's entlang. Ja, geht's entlang. Geh, geht's hoch. Ich geb jetzt Pfad selber. Ruck, zu kipp. Ja. Hier runter. Ja, links. Unser Neufelsfleck neugierig ist bestehend. Wir verwenden die Treppe. Moment. Nun verletzt den Ding zu gehen. So. E3 nun von E4 ist gut. Gut, gut, gut. Gut. Geld aufnehmen und die Treppe suchen, die wir hier brauchen. Ich bin nicht vergiftet, denn hier du besitzt nicht. Aber ich muss eigentlich ne Piersifbärde haben. Ja genau, da ist sie auch. Es ist ein Pikachu. Ich bin nicht mehr vergiftet, das ist gut. Ich bin schneller laufen. Und hier ist auch die letzte Bretter nun. Und wir müssen gegen 9. Oh, Fehlino-Kämpfe nach wie schwer. Achtung, 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 Achtung. Gesundsbüro an Fehlino gefunden. Oh, das ist nicht gesiegen. Oh, das ist nicht gesiegen. Ich bin nicht schlecht. also wenn wir sind. Ein bisschen dritter undsam wo ganz klar. Aber dasatz geht vertr удut. Achtung, 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 Aarezklonte, Achtung, 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 AIST physically, Achtung, Achtung, Bar waren, Böcke, 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 Böcke. Leid ich werde ihn in Zukunft besser benehmen. Hmm, danke, dass er diese fehlgeleitete Pokémon zur Vernunft gebracht hat. Hier ist euer Lohn. Fertig doch Moorlord. Fruchtbare Erde, frische Kräuter. Sehr Ort und 40 Paradiespunkte. Wirst du bisher den Spielverlauf? Speichern! Speichern und zurück zum Hauptmenü, denn wir haben ihn heute genug gespielt. Ach, zumindest das Spiel. Wurde gespeichert, zurecht zum Hauptmenü. Jo, das war's auch mit dieser Tatschoppe, hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.